In traditionellen Blockchains werden Transaktionen vor der Verarbeitung in Blöcke geordnet. Diese Blöcke werden dann nacheinander zur Blockchain hinzugefügt, was zu Verzögerungen und Ineffizienz führt. IOTA 2.0 überwindet diesen Blockchain-Flaschenhals durch die Einführung von paralleler Ausführung und Stream-Verarbeitung. Anstatt viele Transaktionen zu größeren Blöcken zusammenzufassen. Mehrere kleinere Blöcke können gleichzeitig und sofort bei Ankunft verarbeitet werden. Während Knoten mehr aus Verbraucher-Hardware herausholen. Diese gesteigerte Effizienz ist genau das, was für eine Zukunft benötigt wird, in der wir alle digitale Autonomie haben.